Man hört darüber, dass jetzt hier der Auftrag im Hinblick auf das Gutachten der BFDI wieder verunklart worden ist. Der Bericht ist abgeschlossen in Sachverhalt wie in rechtslicher Bewertung. Und die Große Koalition tut hier erneut der Bundesregierung den Gefallen und sorgt dafür, dass diese Erkenntnisse der Bundesbeauftragten für den Datenschutz nach zwei Jahren immer noch nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Man hält das geheim, weil das Ergebnis maximal peinlich und verheerend ist. Und das ist im Hinblick auf die Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten absolut inakzeptabel. Können wir was anfangen? Vielleicht.